Patrick Elegner fährt zum aller, aller ersten Mal Zamboni. Oh, Entschuldigung. Komm mal hin, Scheiß gefahren, aber... Wenigstens bist du ehrlich. Mach ich da irgendwas falsch? Ich hab's geschafft. Ich hab jahrelang darauf hingearbeitet, wenn ich ehrlich bin. War schon immer ein großer Traum für mich. Alter! Und ich muss sagen, ich freu mich einfach, dass der Tag heute gekommen ist. Heute bin ich in Straubing natürlich am Pulverturm. Es geht heute nicht ums Eishockey, nein. Es geht um die Eismeister. Und da schauen wir mal bitte rein. Alles klar? Ja. Sehr schön. Hallo, grüß dich. Servus. Hallo. Wo ist er denn? Eismeister. Erreichbar, unter. Da muss ich anrufen, falls er nicht erreichbar ist. Ganz Deutschland weiß es, da draußen hat's gefühlt minus 15 Grad. Mein Arzt hat mir übrigens auch bestätigt, ich hab, glaub ich, die dünnste Haut, die es gibt bei einem Mann, deswegen friere ich auch so ultra schnell. Deshalb brauch ich auch eine lange Unterhose. Weil ohne lange Unterhose heißt es, die nächsten vier Tage Halsweh-Alarm. Skisoppen dürfen dann auch nicht fehlen. Schaut einfach sexy aus, oder? I'm sexy and I know it. Dann, ab zu die Eismeister. Eismeister. Hallo? Haben wir uns verarscht? Sind gar nicht da? Hallo? Das war's also mit der Dokumentation von die Eismeister. Einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Ciao von au. Das gibt's doch nicht. Da stehen sie, die Ferraris. Geil. Aber noch kein Eismeister. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ja, servus. Servus, Christi. Schön, dass wir uns sehen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Du bist der? Jonas. Jonas, Christi. Was machst du denn jetzt? Wie geht's denn jetzt los? Also, jetzt ist 11 Uhr am DEL-Spieltag. Was ist jetzt der Plan? Jetzt sagst du. Ach so, müssen wir jetzt gleich aufs Eis? Jo. Ach du Kacke. Dass die Tigers später sauber Bande spielen können. Aha. Damit wir wieder die Banden hobeln. Okay. Und dann gehen wir noch mit dem Schaber rund um. Also, ich muss mitmachen? Ja, mit dem Schaber schon, aber zuerst fast mit. Also, auf geht's. Ach, ihr habt sogar einen Beifahrerplatz? Alle. Ach, wie geil ist das denn? Du musst die anschnallen, sonst geht nichts. Ja, das ist klar. Perfekt. Was fräst du jetzt da? Was ist das für ein Teil? Da sind lauter kleine Messer drin. Du kommst da mit dem Schlitten in die Kurve nie so ganz ran. Warum macht man das jetzt genau? Genau. Dass später im Spiel die Scheibe von der Bande glatt zurückspringt. Und dass sie nicht verspringt. Okay. Ah. So. Jonas. Gut. Den Schnee, den wir gerade runtergefahren haben, den kippt man jetzt aus. Ja, der muss raus. Gehen wir zur Schneegrube. Ist das warm oder kaltes Wasser? Warm. Deswegen mache ich auch immer die Deckel zu. Aha. Bei einem Spiel, wenn die offen sind zum Beispiel, bringst du so eine Feuchtigkeit raus. Versteht, dann läuft euch so. Genau. Deswegen immer zumachen. Hier. Großes Schild. Sogar. Also, wer lesen kann, ist manchmal doch im Vorteil. Ja. Ist leer. Was? Dann schauen wir mit. Dann tun wir jetzt Banden kratzen. Und das ist jetzt das, was wir gerade gemacht haben. Wahnsinn. Und jetzt, wenn es da hingelangst, hast du einen leichten Absatz. Ach, das da. Ja, klar. Das muss natürlich weg. Das ist ja klar. Genau. Das heißt, das ist jetzt der Abstand, den du übrig gelassen hast, oder? Mit deinem Messer. Und den fräst du jetzt händisch weg. Ja, genau. Aha, ja. Verstehe. Das kannst du jetzt du machen. Ja. Weil ich bin lieber ein Fan vom Schrauber. Ja, okay. Passt. Einfach so entlang gehen. Muss ich erhalten mit den Eishockeyschläger. Das schaut jetzt hier auch so einfach aus, aber… Also, man muss sich wirklich sehr konzentrieren. Und… Mach ich da irgendwas falsch, oder? Nein. Ich glaube, dass der Akul nicht mehr wieder packt. Ich bin mega überrascht. Punkt eins. Die Genauigkeit, die Präzision des Eismeisters hätte ich nie gedacht. Da geht es ja wirklich um Millimeter. Und der Jonas hat recht. Weil, wenn die Scheibe da unten natürlich rankommt, dann muss die ja perfekt von der Bande zurückspringen. Das heißt, die darf nicht wackeln. Ich bin total geflasht. Spann, die haben wir abgehakt. Geil. Hast gut gearbeitet. Vielen lieben Dank. Hast mich zum Schwitzen gebracht. So, was müssen wir jetzt machen? Ich fahr raus und du fährst weiter. Was? Ich fahr weiter? Das meint er nicht ernst, oder? Das ist jetzt eine Weltpremiere. Patrick-Elekner-Fahrt zum aller, allerersten Mal Zamboni. Du fährst jetzt langsam los. Ich drück nur langsam los? Achso. Okay. Langsam losfahren. Wie im Auto. Dann lassen wir den Schlitten runter. Lass schon Gas geben. Selbst lenken. Boah, stark. Und schau, dass du mit dem Ding da so bleibst. Ja, an der Kante. Genau. Ich bin immer an der Kante. Jetzt darfst du Gas geben. Wow. Ich bleib so drauf, oder? Mit dem Gas? Genau. Das ist ein gutes Gefühl. Gerade kannst du nichts kaputt machen. Sehr gut. Ich fahr mal wenig Messer. Jetzt darf ich wieder halten, oder? Einfach geradeaus. Schau, dass du den Schnee offen mitnimmst. Ja. Ein bisschen nach links. Perfekt. Jetzt muss ich wieder mit dem linken Teil... Ui! Entschuldigung. Ja, haben wir eh einen Scheiß gefahren, aber das ist wurscht. Wenigstens bist du ehrlich. Bucketlist. Check. Zamboni gefahren. Gratuliere. Zur ersten Zamboni-Fahrt. Geiler Scheiß. Ich würde jetzt noch zwei Kübeln runterreißen. Ja. Also zwei Schneetanks. Dann würde ich waschen und dann würde ich Eis machen. Mit Wasser. Was heißt waschen? Die tiefen Löcher, also Kanadier zu machen. Aha. Und dann machen wir Eis. Dann machen wir das echte Eis. Ja genau. Und dann bleibt es. Cool. Jawohl. Let's do it. Ja, sehr gut. Ich fahre. Ich fahre hier öfter. Dass ich die Kratzer herauskriege. Zum Beispiel wenn man jetzt hinbeert bei der Spielerbank. Da sind so viele Kratzer drin, auch Tiefe. Da fahre ich schon öfter drüber, dass die rausgehen. Also ich würde sagen, das Eis ist fertig. Die Tigers können kommen. Servus, ich bin Basti. Ich bin Eismeister seit September. Insgesamt sind wir sechs Eismeister. Wir stärmen in der Früh auf, fangen wir in der Früh um sieben an, kontrollieren alles zu, schauen, ob man mit der Eisfläche alles passt. Eisstärkmessung und so weiter. Machen wir offiziell, oder? Mit Handschlag, oder? Danke. Das ist sie also, die offizielle Eismeinsterin. Ich habe es geschafft. Früher war es noch ein Trikot bei mir. Mittlerweile ist die Eismeisterjacke. So. Also. Ja, ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, wenn ich ehrlich bin. War schon immer ein großer Traum für mich. Habe täglich dafür trainiert. War sehr oft im Gym laufen. Habe mich auch natürlich weitergebildet. Die Unterlagen, die ich mir zukommen habe lassen, die 1.812 Seiten habe ich gelernt. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach, dass der Tag heute gekommen ist. Und auf dem Knie. Bam! Wir müssen aufsperren für die Malteser. Schauen wir mal, ob alles passt. Jawoll. Sollen wir auflassen? Für euch ja klar. Hier, bitteschön. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ich bin für euch da. Patrick mein Name. Dankeschön. Und jetzt gehen wir durchs Stadion. Durchs Stadion. Fluchtwegkontrolle und so weiter. Sauberkeit. Das ist dein Ernst, oder? Habe ich schon so hart gearbeitet. Habe ich schon einen Fleck. Da ist immer zum Kontrollieren, ob die Fluchtwege frei sind. Ja. Also zum Beispiel sowas jetzt weg. Wie auf Ibiza. Du hast deinen nächsten Auftrag gleich. Oh, was muss ich machen? Tore hinstellen. Oh, ja klar. Tore mache ich gern. Was ist mit meinen Zapfen? Hast du mir jetzt extra den Zapfen gegeben, der stecken bleibt, oder was? Der Zapfen geht nicht raus. Oh, ja. So. Jetzt haben wir es. Stark. Und? Fertig. Die Eisvorbereitungen sind das erste Mal abgehakt. Wir sehen hinter uns beide Tipps schon auf dem Eis. Staubing Tigers und der ERC Ingo statt. Und dann heißt es Gamesheim. Ja, wir haben einen Puff oben über der Plexiglasscheibe. Der muss jetzt wieder zurück. Oh, ja. Oh, ja. Wie geil. Erst haben wir die Startung 6, wenn das alles vorbei ist. Ja. Bei uns ist es hier wahrscheinlich. Ah, ist geil. Das heißt, ich schalte das Spiellicht ein, oder wie? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Basti, das Spiel läuft. Was sind jetzt genau deine, oder was sind eure Aufgaben während des? Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn das zum Beispiel als Vorwart, als Vorraumrenz, sie den Job nicht mehr reinkriegen, dass wir wieder schnell rausfahren oder rausgehen. Ja. Und klar ist es aber, sagen wir, dass wir das wieder kriegen, wenn die Banken rausfallen, oder verbrechen oder so weiter, wird man hier so schnell wie möglich das Blas sauschen. Danke, ja. Sehr. Und was ist jetzt passiert, was war jetzt gerade los? Irgendwie vorseitig von Herrn Zweger, der ist das Zeib. Ja. Ist ein bisschen runtergegangen und jetzt war jetzt auf dem Eis. Normal. Normal. Der normale Wahnsinn. Wie ist das als Eismeister? Dealert man jetzt da auch mit mit den Straubinger? Ist man neutral? Ist das bei dir? Ja, so. Man hat den Tiroin auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich meine, es ist voll dabei eigentlich. Ein bisschen fehlend ist man dann auch hin. Ja, klar. So, jetzt haben wir das erste Mal auf Reis. Wir haben den Vorwart. Wie findest du jetzt die Eizenblecke? Und, äh, bei der Qualität ja, beziehungsweise von Settest du anders gehabt? Nein, ich muss schon sagen, dass es gibt in der Vorbereitung, wo ich ja sehr aktiv auch mitgewirkt habe, sehr guten Job gemacht habe. Ich glaube, dass wir, natürlich mit Jonas zusammen, wir haben da schon überragende Voraussetzungen geschaffen und ich bin jetzt mit dem Endprodukt, muss ich sagen, höchst zufrieden. Wunderbar. Was können wir bei der dritten Pause besser machen? Ja, ich glaube einfach, es sind so Kleinigkeiten mit dem Sport, da immer so passt. Ich glaube einfach, vielleicht auch eine ruhige Linie zu fahren in der Kurve, würde mich schaden. Aber ansonsten bei 18 generell ein sehr, sehr guter Job. Super. Let's make it up. Bitteschön. Und, ne, ne, ne! Jeder kennt ja die Zambooni. Kannst du uns einmal so ein paar Eigenschaften mitteilen? Wie viel schnell fahrt er, wie viel PS hat er, wie viel Schneepasst er rein? Weil das interessiert viele Eisocke-Band. Die VM hat, glaube ich, 920 kW Leistung, ist elektrogesteuert, also Elektromotoren drinnen, Schneetank, passen drei Kubik rein. Drei Kubik passen da rein? Genau. Wassermenge, lass mir liegen, glaube ich 1350 Liter. Circa, ist wurscht, genau. Wenn man da vorne aufmacht, kannst du den Schneetank auch mit Wasser befüllen. Okay, verstehe. Ich liebe ja die Felgen ja auch, gell, hier. Ist ja überragend. Optimal. Du hast Spikes dran. Ja, ohne die geht es, glaube ich, gar nicht. Ohne die geht es sowieso nicht. Das ist unser Etcher, der macht den Rand. Genau, mit dem habe ich heute Vormittag. Mit Jonas bin ich schon um. Genau. Unser Besen, da ist unser Wasseranschluss. Das ist ein Licht für den Besen. Die braucht man später, das werdet ihr sehen. Wie schnell fahren die Maschinen? 13,5 kmh maximal. Maximal. Aber am besten ist wirklich, wenn du jetzt in der Pause fährst, um die 6, zwischen 6 und 8 kmh. Hättest du überhaupt Blinker. Also kannst du blinken, kannst du auch. Das wäre Wahnsinn, wenn du mit dem dort Straubing fährst. Das wäre Wahnsinn. Da weißt du, dass ihr eine Frage habt. Warum fahrt ihr eigentlich alle im Uhrzeigersinn rum? Also und nicht. Wegen dem Besen. Weil du hast ja alles auf der linken Seite. Du musst ja alles sehen. Die letzten Minuten sind hier zu spielen am Pulverturm. Und ich mag natürlich nochmal Danke sagen an Jonas und an Basti. War eine mega spannende, interessante Erfahrung für mich. Was ihr alles zu tun habt, um was ihr euch kümmern müsst. Es ist wirklich sensationell. Also nochmal vielen Dank dafür. Und wie geht es jetzt bei euch weiter? Spiel ist gleich aus. Was müsst ihr jetzt da noch machen? Eisaufbereitung danach. Ein bisschen was runterfahren. Den Schnee, die Kratzer ein bisschen zumachen. Und dann wieder ein Eiswasser drauf. Basti, hilfst du dem Jonas oder wie schaut es da aus? Ja sowieso, selbstverständlich. Dann haben wir es schneller hinter uns. Können wir für eher einen Feierabend gehen. Dann nochmal vielen, vielen Dank. Und ich glaube, jetzt müssen die ganzen Eishockey-Fans ein bisschen mehr, was alle Eismeister eigentlich wirklich da draußen noch zusätzlich tun müssen. Das ist in diesem Sinne. Ich hätte da noch ein bisschen was für dich. Ähm, haben wir zu Hause schnell gebastelt. Das ist ein Eishockey-Book mit Flaschenöffner. Überragend. Und wehe, du kannst das Lied nicht. Ich möchte noch unbedingt ein Hühlesenk von dir, dass du das Lied kannst. Mega. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank Jungs. Ciao von au. Servus. 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 Vielen Dank.